Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 16 Ultimate Team. Wir spielen heute die Bronze Challenge. Eigentlich wollte ich ein Online-Turnier machen, jedoch findet er keinen Gegner. Und ja, dieses Jahr ist mir jetzt erst aufgefallen, haben sie richtig viele Einzelspieler-Pokale gemacht. Und zwar Seite 4, mit dem, der jetzt dieses Mal ist, Grad 5. Und, naja, Profi ist der Schwierigkeitsgrad. Und für denjenigen her, der mir wieder schreiben möchte, ach du Scheiße. Gut, da hat wohl jemand nicht auf die Regel geachtet. Ist jetzt ein bisschen blöd, wa? Dann können wir nur den Weltklasse-Pokal machen. Mal sehen, wie wir uns da schlagen. Super. Naja, wir spielen heute im Hertha-Trikot. Ist super. Naja, da müssen wir halt so spielen. Warte kurz. Na doch nicht. Mann, wollte gerade sagen, warte kurz, ich muss niesen. Oh, ich musste gerade total... Ähm... Und so... Äh, der ist drin, wuhu. Äh, der ist auch drin, wuhu. Okay. So, erste Halbzeit, Champions-Trophy, FC-Flop, Stamford Bridge gegen LA Galaxy. Sozusagen der SV Gröning. Naja, der FC-Flop eher. Ähm... Ja, wir wollen weiterkommen. Ins Viertelfinale. Auf Weltklasse. Äh... Das wird schwierig. Aber ein Versuch, ist es wert? Äh, er hat Kiesling noch nicht ein einziges Mal im Spielgestell hier gerade. Ich überspringe nicht. Wow, ist es jetzt sein Ernst? Dafür kann ich doch wohl wenig. Okay, so. Kiesling. Oh. Wen jetzt? Na, danke. Okay, so. Nach vorne. Schön. Naja. Hätte ein bisschen besser kommen können. Oh, Hermann. Schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie. Schön. Okay. So cute. Äh, Hermann meine ich. Und es war auch eben gar kein Foul, wie der gegen Kiesling da reingegangen ist. Nein. Alles regelkonform. No. Und da. Das ist so meistens die einzigste Art, wie man hier weiterkommen kann. Außer wenn man mal durch Glück so ein Tor trifft. Aber ansonsten ist das meistens die einzigste. Alter. Ja, oder ein Elfmeter. Der wäre reingegangen. Ja, da wäre ich durch gewesen und ich wollte gerade abziehen. Ja, gut. Das ist jetzt ein bisschen mehr dramatischer gemacht, als es eigentlich war, aber egal. Ja, Sven. One, zero. Im Heimstadion, Alter. Wie schrecklich auszulassen. Deutscher Fußballmeister. Deutscher Fußballmeister. FC Flop. Alles klar. Äh, schön, den hast du. Alter, Arnold. Wie ich dachte, den kriegst du. Dann musst du doch sagen, dass du den nicht kriegst. Schön. So, Bernat. 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 Zurück. Nein. Äh, mich juckt's. Komm schon. Nein. Alter, was machen die denn da? Oh. Okay. Hm. Dass wir 1-0 führen, ist eigentlich fast ein Wunder. Boah, der kehrt durch. Schön. Ha, Baumgartlänger. Alter, hol ihn dir doch, wenn ich schon hinlaufe. Nein, kein. Durchlassen. Boah. Okay, Kießling, Kießling. So, Kiyotake. Schön. Na, der sollst du nur zu Arnolden. Weiter sollte der gar nicht. Okay, dann halt jetzt. Bernat. Arnold. Das war auch keine Hand oder so? Nein. Alter. Komm schon. Lassi. Okay, den hast du. Nicht. Okay. Patrick. Hey. Mann. Okay. Wenigstens sonst aus. Ah. Fan. Bum, meh. Nein. Schön. Boah, supergeil. Okay, so. Alter. Oh, der war bei... Das wäre jetzt noch das Schärfste gewesen. So ein Eigentor. Nein. Den hätte er haben müssen, Bernat. Oh, das war gar nicht Bernat. Das war Kiyotake. Naja, dann. Hätte er haben müssen, Kiyotake. Ja, übertreib's halt richtig. Übertreib's halt richtig. Zweimal ungelehnt. Das gibt's für den ersten gelbe und für den zweiten auch einen. Das macht ein gelb-rot Freund hier. Und für den anderen gibt's ja auch noch gelbe. Hallo. Das war ja nicht... Das war ja der zweite. Das war ja Baumgartlinger. Aber beim ersten... Naja. Äh... Arnold. Ich hoffe bitte, dass er reingeht. Oh Gott. Mann, im Ultimate Team ist es sauschwierig. Ich weiß nicht, warum. Komm schon. Das nächste Mal nehme ich einfach den, den er mir vorschlägt. Vielleicht geht das besser. Nein. Oh, schön. Nein, nicht so schön. Nicht schön. Oh, der war jetzt draußen. Der ist draußen. Hallo? Hermann. Wow. Wow. Okay. Den hast du schön vor dem Außen. Oh, super. Peter... Pickereck. Okay. Okay, Hermann, Patrick, Kiesling, Patrick. Okay, sauber. Nein. Der sollte eigentlich gut für den Kopfball kommen. Naja. Okay, Bernad mit der Flanke. Kalvan kam nicht mehr ran. Was? Hä? Der sollte auf Bernad gehen. Was machen die denn? Komm schon. Nein. Schnapsi, schnapsi, schnapsi. Okay, 43. Minute. Immer noch 1 zu 0. Nein. Nein. Ich wollte nur einen Zweikampf. Mehr wollte ich gar nicht machen. Okay. Okay. Nein. Arnold, 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 ah, Arnold, okay. Sauber, Kiyotake. Schön vorbeigegangen. Da behindern sie sich selbst. Ach, jetzt pfeifst du ab? Ich hab dir noch einen Einwurf gekriegt, Freundchen. Naja, 1 zu 0. Zeit. So. Naja, es gibt keine Veränderung. Ist alles gleich verblieben. Arnold, nein. Okay, Kiyotake. Hör, den hättest du mitnehmen müssen. Okay. Irgendeiner. Sauber. Okay. Peter, äh, Peter wollte ich schon sagen. Patrick. Nein. Das war blöd, dass ich den Verteidiger damit rausgezogen hab. Oh Gott. Schön. Von Bennett. Okay, nein. Alter. Jetzt aber. Kiyotake, okay. So. Kiesling. Den kriegst du sauber. Okay, Baumgart. Läng. Nja. 2 zu 0. Auf Weltklappe 2 zu 0. Super. Schön durchgespielt von Kiesling. Dann ist das Ding drin. Was ein geiler Tor. Schön ins Rechteck. So, 2 zu 0. 53. Minute. Gut, äh, äh, ich hab den Vornamen von Baumgartlinger vergessen. Ähm, ne, schreibt's mir in die Kommentare, ich weiß es grad nicht. Hm. Jo, nein, okay. Auf jeden Fall, äh, Joshua Baumgartlinger, ja, Jan-Ti Baumgartlinger, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lass mich, nein. Okay. So, wir führen immer noch 3 Minuten. Julian Baumgartlinger, siehste? Okay. So. Nein, Hermann, Hermann, Hermann. Hermann, hol ihn dir doch. Hol ihn. Na, Alter. Jetzt reicht's aber. Langsam musst du doch mal durchgehen. Komm schon. Stranzel. Schön. Baumgartlinger. Ah, 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 okay. Nein. Bender. Arnold. Hol ihn dir doch. Arnold. Okay, Baumgartlinger klärt. Puh. Na, wenn wir weiterkommen und das Ding hier gewinnen, ne? Freunde, das wär ziemlich nice. Ähm. Ich hab ein Kaugummi im Mund. Wow. Krass, wa? Na, das habt ihr jetzt nicht gerechnet. Äh. Ah. Arnold. Schön. Bender. Schön. Kiesling. Kiyotake. Kiyotake. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hol ihn dir. Na, der hättest du schneller sein müssen, du. Na, ja. Noch. Das ist wieder ein Foul oder was? Aber gegen mich nicht. Komm, Baumgartlinger. Ach, das ist jetzt wieder ein Foul, du mieser Pisser. Warum denn? Ich versteh das nicht. Was ist da ein Foul? Oh, dann soll er halt sich woanders hinbewegen. Keine Ahnung. Na, oh. Oh, danke. Thomas. Kraft. So, alle machen sich bereit. Okay, den hast du. Schön. Kiyotake. Oh Gott. Schön abgewehrt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hinten gut stehen. Dann haben wir das Ding. Okay, so. Fickarek. Hol ihn dir. Gut. Hermann, 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 Hermann. Schön vorbeigetribbelt. Kann nicht jeder. Ähm. Ähm. So, 75. Minute ist angebrochen. 15 Minuten, dann sind wir weiter. Eeeh. Oh, ne. Ben, na. Gut, dann halt nicht. Arnold, auch nicht. Okay. Gut, Kiesling. Dann eben Hermann. Kiesling. Dann eben Arnold. Okay. Ben, der ist zu langsam, aber bringt ihn nach vorne. Aber nicht sonderlich gut. Etwas langsamer hätte er sein müssen. Dann wäre gut gewesen. Okay. Ach komm. Nein, bitte, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte keine Gelben mehr für Kiesling. Bitte pfeife ab. Also nicht ins Auslassen. Wenn wir jetzt Kiesling noch verlieren als Stürmer, und dann können wir erst recht einpacken für das nächste Spiel. Nein. Gibt es noch die Gelbe oder gibt es die nicht? Ist es überhaupt eine Gelbe wert? Okay, den halt. Warum nimmt er den nicht in die Hand? Nein. Alter, was geht denn gerade bei Kraft ab? So, Hermann. Letzte Chance im Spiel. Wahrscheinlich. Nein. Hätte er den reingemacht, das wäre es auf jeden Fall gewesen. Kiyotaka, Alter. Mann. Okay, so, Baumgart. Warum köpfst du den anderen an? Das macht keinen Sinn. So, Pekka. Ja, das ist auch kein Foul gewesen von ihm. Okay, Abstoß nochmal. Okay. Ich lege mich fest. Das war's. So. Hermann. Hol ihn dir nochmal. Schön. Ja, pfeif doch ab. Worauf wartest du denn? Komm. Ja, pfeif doch ab, Alter. Drei Minuten sind jetzt auch nicht so lang. Ach, jetzt oh plötzlich, wo ich mit Kiesling nochmal am Ball gekommen wäre. Naja, wir sind eine Runde weiter. Bedanke mich für's Zuschauen. Und tschau's. Okay.